Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Germany. Der Ex-Tennis-Star will erreichen, dass ein TV-Beitrag nicht mehr gezeigt wird. Nach zwei geplatzten Terminen soll die Zivilklage des früheren Tennis-Stars Boris Becker gegen den TV-Komiker Oliver Pocher ab Dienstag, 15.11.2022, vor Gericht verhandelt werden. Weder Pocher noch Becker, der aktuell wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis sitzt, müssen beim Landgericht Offenburg erscheinen. Offen ist bisher, wann ein Urteil fallen wird. Becker will erreichen, dass Pocher einen Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung Pocher – gefährlich ehrlich – nicht mehr zeigen darf. Darin hatte Pocher den Tennissportler hinters Licht geführt. Unter dem Slogan Make Boris Rich Again wurde ein Spendenaufruf gestartet. In dem Beitrag Hey guys, this is Ganscha and welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friends and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.